Gläser, Barsysteme, Waschanlagen, Zapfsysteme, Mobiliar- oder Kühlsysteme. Mohan bietet, was Sie für ein erfolgreiches Fest benötigen. Vom Bier über Wein bis hin zu Limonade in verschiedenen Gebindearten und Größen. Individuell auf die Kundenwünsche abgestimmt. Für Feste mit großem Bierbedarf gibt es sogar die Möglichkeit einer zentralen Versorgung der einzelnen Schankstationen über Großtanks. Die Mohanbrauerei ist der verlässliche Partner für erfolgreiche Veranstaltungen. Das ist Christina Huber. Christina ist für den Festverkauf und die Beratung zuständig. Bei ihr bestellen Mohan-Kunden ganz einfach alles, was sie für ein gelungenes Fest benötigen. Jürgen Hammerer ist verantwortlich für die optimale Planung der Festbelieferung und ein stets gefülltes Lager. Bei großen Festen ist er Ansprechpartner in Bezug auf das ideale Festinventar. Karl-Heinz Büchel und Sigmar Peter sorgen für einen guten Zustand des Festinventars. Eine sorgfältige Reinigung gehört ebenso dazu, wie die Instandhaltung durch die hauseigenen Werkstätten. Möchten Sie Mohan-Bier direkt in der Brauerei kaufen, sind Sie bei den beiden an der richtigen Stelle. Martin Rouge beliefert die Feste im Land und hat alles an Bord, was für eine erfolgreiche Veranstaltung gebraucht wird. Für zufriedene Kunden ist ihm kein Weg zu weit. Die Festabteilung von Mohan. Ein tolles Team und ein Garant für erfolgreiche Veranstaltungen. Egal ob Familienfest oder Mega-Event. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Anlieferung bekommen Kunden bei uns alles aus einer Hand. Erstklassig. Natürlich vom Mohan.